Die Belagerung Antiochia war Teil des ersten Kreuzzugs in den Jahren 1097 und 1098. Die erste Belagerung dauerte vom 21. Oktober 1097 bis zum 2. Juni 1098 die zweite Belagerung vom 7. Juni bis 28. Juni 1098. Hintergrund Antiochia war dem Byzantinischen Reich wenige Jahre zuvor von den Seltschuken abgenommen worden. Die byzantinischen Befestigungsanlagen stammten aus der Zeit Justinians, waren aber vor kurzem erst erneuert und verstärkt worden. Die Stadtmauer bestand aus 400 Türmen, wodurch es Bogenschützen möglich war, jeden Punkt außerhalb der Mauern mit ihren Pfeilen zu erreichen. Antiochia grenzte an ein Bergmassiv, welches es an den Seiten, an denen keine Stadtmauer vorhanden war. Vor Angriffen schützte und eine vollkommene Belagerung der Stadt unmöglich machte. Die Seltschuken hatten die Stadt durch Verrat in die Hand bekommen und die Mauern daher intakt gelassen. Seit 1088 war Jagisian der Stadthalter der Seltschuken ein Mann, dem der Zug der Kreuzfahrer durch Anatolien wohl bekannt war, und der er folglos um Hilfe aus den benachbarten muslimischen Staaten gebeten hatte. Als Vorbereitung auf die Ankunft des Kreuzzugs kerkerte er den orthodoxen Patriachen von Antiochien, Johannes Oxites, ein und verbannte die griechisch-orthodoxen, armenisch-apostolischen und die syrisch-orthodoxen Christen aus der Stadt. Die Stadt hatte für die Kreuzfahrer nicht nur strategische Bedeutung, denn die Anhänger der dortigen urchristlichen Gemeinde um die St. Petrusgrotte waren die ersten, die sich als Christen bezeichneten. Ankunft der Kreuzfahrer Die Kreuzfahrer erreichten den Fluss Eurundes außerhalb Antiochias am 20. Oktober 1097. Die vier Anführer des Kreuzzugs zu diesem Zeitpunkt, Gottfried von Bouillon, Bochimund von Tarent, Raimund IV, von Tulaus und Bischof Edrimar von Lepuie, waren anfangs über ihr weiteres Vorgehen uneins. Raimund wollte einen direkten Angriff, Bochimund hingegen konnte Edrimar und Gottfried von einer Belagerung der Stadt überzeugen. Raimund akzeptierte unwillig und die Kreuzfahrer kreisten die Stadt am 21. Oktober teilweise ein. Die byzantinischen Mauern hätten einem direkten Angriff standgehalten und Jagisian, der wohl nicht genügend Leute hatte, um die Stadt adäquat zu verteidigen, war jedoch erleichtert und ermutigt, als die Kreuzfahrer den direkten Angriff nicht versuchten. Bochimund lagerte an der Nordtorstecke der Stadt am St. Paulstor, Raimund weiter im Westen am Hundetor und Gottfried am Herzogstor noch weiter im Westen, wo eine Bootsbrücke über den Orontes zum Ort Talenki gebaut worden war. Richtung Süden war das Zweischwestern-Tor und im Nordwesten das St. Georgstor, das von den Kreuzfahrern nicht blockiert wurde und während der Belagerung benutzt wurde, um Jagisian mit Nachschub zu versorgen. Auf der Süd- und Westseite der Stadt war das Hügelgelände des Montsipios mit der Zitadelle und dem Eisernen Tor. Erste Belagerung Mitte November kam Bochimunds Neffe Tankred mit weiteren Truppen an, eine Flotte aus Genua war mit Nachschub in den St. Simeonshafen gesegelt. Die Belagerung zog sich, im Dezember wurde Gottfried krank, die Nahrungsmittel gingen mit dem anrückenden Winter dem Ende entgegen. Am Monatsende zogen Bochimund und Robert von Flandern mit 20.000 Männern nach Süden, um Nahrungsmittel zu beschaffen, was Jagisian am 29. Dezember zu einem Ausfall am St. Georgstor und einem Angriff auf Raimunds Lager auf der gegenüberliegenden Flussseite in Talenki nutzte. Raimund gelang es, ihn zurückzudrängen, schaffte es aber nicht, in die Stadt einzudringen. Bochimund und Robert wurden in der Zeit von einer Armee unter Dükak von Damaskus angegriffen, die nach Norden marschiert war, um Antiochia zu Hilfe zu kommen. Der Monat endete ungünstig für beide Seiten, ein Erdbeben am 30. Dezember und ungewöhnlich kaltes und regnerisches Wetter in den folgenden Wochen machten den Kreuzfahrern zu schaffen, brachten aber auch Dükak dazu, sich zurückzuziehen und keinen weiteren Entsatzversuch zu unternehmen. Mangels Nahrung breitete sich im Lager der Christenhunger aus, Menschen und Pferde starben, jeder siebte Mann kam um und nur 700 Pferde überlebten. Andere aßen die Pferde, auch wenn einige Ritter lieber Hunger litten. Der christliche Fürst von Kleinarmenien, Konstantin und der nach Zypern exilierte orthodoxe Patriarch von Jerusalem, Simeon, sandten Nahrungsmittel, die aber nicht ausreichten, den Hunger zu beheben. Einige Ritter und Soldaten desertierten im Januar 1098, darunter auch Peter der Einsiedler, der aber bald aufgegriffen und mit angeschlagenem Prestige in Tankretzlager zurückgebracht wurde. Mehrere zeitgenössische fränkische Chronisten berichten über Fälle von Kannibalismus, sowohl im Winter 1097-98 als auch insbesondere im Winter 1098-99 bei der Eroberung der Stadt Marat an Jumen. Am 4. März kam eine angelsächsische Flotte unter Edgar E. Theling aus Konstantinopel, wo er im Exil lebte, in St. Simeon an. Sie brachten Baumaterial für Belagerungsmaschinen, das am 6. März fast wieder verloren ging, als Raimund und Bochimund auf der Straße nach Antiochia von einer Abteilung von Jagisians Garnison angegriffen wurden. Mit Gottfrieds Hilfe wurden der Gegner geschlagen und das Material gerettet. Obwohl Edgar die Schiffe und das Material von Kaiser Alexius erhalten hatte, sahen die Kreuzfahrer dies nicht als direkte byzantinische Hilfe an. Sie begannen mit dem Bau der Belagerungsmaschinen und einer Anlage, die von Tankret besetzt wurde, um das St. Georgstor jetzt auch zu blockieren, durch das immer noch Lebensmittellieferungen in die Stadt kamen. Jetzt zeigten sich Auswirkungen in der gut verteidigten Stadt. Antiochia war abgeriegelt und mit dem Beginn des Frühlings verbesserte sich die Ernährungssituation der Kreuzfahrer. Im April erreichte eine fatimidische Delegation aus Ägypten das Lager der Kreuzfahrer in der Hoffnung, Frieden mit den Christen schließen zu können, die am Ende doch die Feinde ihrer eigenen Feinde, der Seltschuken, waren. Peter der Einsiedler, der fließend Arabisch sprach, wurde zu den Verhandlungen geschickt, die aber zu keinem Ergebnis führten. Die Fatimiden nahmen an, die Kreuzfahrer seien lediglich Söldner der Byzantiner und waren bereit, ihnen Syrien zu überlassen, falls sie das fatimidische Palästina verschonten, ein Status, der vor der türkischen Invasion zwischen Ägypten und Byzans gegolten hatte, den die Kreuzfahrer aber nicht akzeptieren konnten, da dies einen Verzicht auf Jerusalem bedeutet hätte. Eine Vereinbarung wurde nicht erzielt. Eroberung Antiochias Die Belagerung ging weiter. Ende Mai näherte sich eine muslimische Armee aus Mosul unter dem Kommando Kerbogas Antiochia. Diese Armee war wesentlich größer als die bei den beiden vorangegangenen Versuchen, die Belagerung der Stadt aufzuheben. Kerboga hatte sich mit Ritwan und Ykak verbündet. Truppen aus Persien waren ebenso dabei wie von den Ottokiden aus Mesopotamien. Die Kreuzfahrer hatten Zeit, sich auf ihre Ankunft vorzubereiten, da Kerboga erst einen dreiwöchigen Umweg über Edessa machte, das er aber Balduin von Bologna nicht abnehmen konnte, der es vor kurzem bekommen hatte. Die Kreuzfahrer wussten, dass sie die Stadt vor Kerbogas Ankunft zu erobern hatten, wenn sie überleben wollten. Bochimund hatte durch seine Spione in der Stadt Kontakt mit einem der Armenier aufgenommen. Nach einiger Einflussnahme erklärte sich Feiruts, der drei Türme kommandierte, dazu bereit, diese Bochimund und seinen Truppen zu übergeben. Feiruts sollte vom Zweischwestern-Turm, der nahe am St. Georg-Tor lag, eine Lederleiter herablassen. Damit Bochimund und 60 seiner Soldaten die Mauer erklimmen konnten. Anschließend ging er vor den Fürstenrat und forderte erneut, dass derjenige, welcher die Stadt als erster betrete, sie auch erhalten solle. Raimund wurde wütend und argumentierte, dass die Stadt Alexios zu übergeben sei, wie vor ihrer Abreise aus Konstantinopel 1097 vereinbart. Aber Gottfried, Tancred, Robert und die anderen Anführer sahen sich einer verzweifelten Situation gegenüber und stimmten seiner Forderung zu. Dennoch verließen am 2. Juni Stefan von Blois und einige andere französische Kreuzfahrer die Armee. Später am gleichen Tag instruierte Feiruts Bochimund einen Abmarsch zu fingieren, so als wolle er Kerboga entgegenziehen, um dann in der Nacht zurückzukehren und mit Leitern die Mauern zu ersteigen. So geschah es und nach dem Erklimmen der Mauern wurde das nahe Tor geöffnet, wodurch die Kreuzfahrer in die Stadt strömen konnten. Die in der Stadt verbliebenen Christen öffneten die übrigen Tore und beteiligten sich an dem Blutbad, töteten so viele der ihnen verhassten türkischen Garnison, wie sie nur konnten. Die Kreuzritter töteten auch einige Christen, darunter Feiruts Bruder. Ja, Gizian Floh erkannte jedoch am Morgen seine Feigheit und verletzte sich selbst in Suizidabsicht schwer. Noch lebend wurde er von einem armenischen Holzfäller gefunden, der ihm den Kopf abheb und diesen den Kreuzfahrern in die Stadt brachte. Zweite Belagerung Am Ende des 3. Juni kontrollierten die Kreuzfahrer den größten Teil der Stadt mit Ausnahme der Zitadelle, die in der Hand von Jagisians Sohn Shams et Daula blieb. Johannes Oxites wurde von Etchima dem Monteil, dem apostolischen Legaten, der gute Beziehungen zu den Byzantinern wünschte, zumal Bochimund offen die Stadt für sich beanspruchte, wieder als Patriarch eingesetzt. In der Stadt waren nicht viele Lebensmittel zu finden und Kerbogas Armee rückte heran. Er erreichte Antiochia lediglich zwei Tage später, am 5. Juni, versuchte am 7. Juni vergeblich einen Sturmangriff und hatte am 9. Juni seinen eigenen Belagerungsring aufgebaut. Zwischen der Eroberung der Stadt und Kerbogas Ankunft waren weitere Kreuzfahrer desertiert. Sie schlossen sich nun Stefan von Bleus an, der in Tarsos war. Stefan hatte Kerbogas Armee im Feldlager bei Antiochia gesehen und alle Hoffnung fahren lassen. Die Deserteure bestätigten seine Befürchtungen. Auf dem Weg zurück nach Konstantinopel trafen Stefan und die anderen Deserteure Alexius, der aufgebrochen war, die Kreuzfahrer zu unterstützen, aber nicht wusste, dass die Stadt erobert war und nun wieder belagert wurde. Stefan überzeugte ihn, dass die übrigen Kreuzfahrer so gut wie tot seien. Alexius wiederum wusste aus seinen Verbindungen, dass eine weitere Seltschukenarmee in seiner Nähe war. Er entschied lieber umzukehren, als eine Schlacht zu riskieren. Entdeckung der heiligen Lanze in Antiochia behauptete in der Zwischenzeit am 10. Juni ein einfacher Mönch namens Peter Bartholomeus Visionen des Apostels Andreas gehabt zu haben, der ihm gesagt habe, dass die heilige Lanze innerhalb der Stadt sei. Die hungernden Kreuzfahrer waren anfällig für Visionen und Halluzinationen. Ein anderer Mönch namens Stefan von Wallens berichtete über Erscheinung Jesu und der Jungfrau Maria. Am 14. Juni wurde gesehen, wie ein Meteor im gegnerischen Feldlager niederging, was als gutes Omen interpretiert wurde. Obwohl er immer skeptisch war, da er einen Rest der heiligen Lanze in Konstantinopel gesehen hatte, glaubte Raimund Peters Aussagen. Raimund von Tulaus, Raimund von Agilias, Wilhelm von Orange und andere begannen am 15. Juni in der Kathedrale Sankt, Peter zu graben. Als sie ohne Fund aus der Grube herausstiegen, kletterte Peter hinein, griff auf den Boden und zog eine Speerspitze hervor. Es gilt als wahrscheinlich, dass diese Lanze eine Fälschung war, aber das wollte unter den Kreuzfahrern niemand so genau wissen. Raimund nahm diese Entdeckung als göttliches Zeichen, dass sie überleben würden, und bereitete sich nunmehr auf den entscheidenden Kampf als auf die Unterwerfung vor. Peter berichtete von einer weiteren Vision in der Sankt. Andreas die Armee aufforderte, fünf Tage zu fasten, nach denen sie siegen würden. Bochimund traute der heiligen Lanze ebenfalls nicht, aber es steht außer Frage, dass ihre Entdeckung die Moral der Truppe hob. Es ist möglich, dass Peter einfach das berichtete, was Bochimund hören wollte, da dieser von Spionen in Kerbogas Lager wusste, dass auch dort die verschiedenen Fraktionen untereinander in Streit geraten waren und womöglich in einer Schlacht nicht als Einheit kämpfen würden. Am 27. Juni wurde Peter der Einsiedler von Bochimund zu Verhandlungen zu Kerboga gesandt, ein nutzloses Unterfang. Die Schlacht mit den Türken war unvermeidbar. Bochimund stellte sechs Divisionen auf. Eine kommandierte er selbst, die anderen fünf wurden von Hugo von Fermandoa und Robert von Flandern, Gottfried, Robert von der Normandie, Edjema, sowie Tankred und Gaston e.V., von Börn geführt. Raimund, der krank geworden war, blieb zurück und überwachte mit 200 Männern die Zitadelle, die weiterhin gehalten wurde, jetzt von Amit I.B. in Merwan, einem Gefolgsmann Kerbogas. Schlacht von Antiochia Am Montag dem 28. Juni 1098 marschierten die Kreuzfahrer aus dem Stadttor Raimund von Agilias trug die heilige Lanze vor ihnen her. Kerboga zögerte entgegen den Bitten seiner Generäle in der Hoffnung, sie alle gleichzeitig statt einer Division nach der anderen angreifen zu können, unterschätzte dabei aber ihre Anzahl. Er gab vor, sich zurückzuziehen, um die Kreuzfahrer auf für ihn besseres Gelände zu locken, während seine Bogenschützen sie ununterbrochen mit Pfeilen eindeckten. Eine Abteilung wurde gegen den linken Flügel der Kreuzfahrer geschickt, der nicht durch den Fluss gedeckt war, aber Bochimund bildete schnell eine siebte Division und schlug sie zurück. Die Türken fügten den Kreuzfahrern große Verluste zu, darunter Edrimas Fahnenträger, Vizegraf Hierarchus. Kerboga setzte das Gras zwischen den Linien in Brand, konnte den Gegner dadurch aber nicht aufhalten. Die Schlacht war kurz. Als die Kreuzfahrer Kerbogas Front erreichten, desertierte Dükak und die meisten Türken gerieten in Panik. Bald war die ganze türkische Armee auf der Flucht. Wirkung Als Kerboga floh ergab sich die Zitadelle, jedoch nur gegenüber Bochimund persönlich, was vorab ohne Raimunds Wissen arrangiert worden zu sein scheint. Wie erwartet forderte Bochimund nun die Stadt für sich, obwohl Edrimas und Raimund dem widersprachen. Hugo von Famandois und Balduin II. Von Hennegau wurden nach Konstantinopel gesandt, wobei Balduin bei einem Hinterhalt unterwegs verschwand. Alexius war nicht interessiert, so spät im Sommer eine Expedition loszuschicken, um die Stadt einzufordern. Zurück in Antiochia brachte Bochimund vor Alexius habe den Kreuzzug verlassen, womit die ihm geleisteten Eide hinfällig seien. Bochimund und Raimund besetzten Jagisians Palast. Aber Bochimund kontrollierte den größten Teil der Stadt und seine Standarte wehte auf der Zitadelle. Es ist allgemeine Überzeugung, dass die Franken aus Nordfrankreich, die Prüvenzahlen aus Südfrankreich und die Normanen aus Süditalien sich für eigene Nationen hielten. Und dass jede von ihnen ihren Status heben wollte, dies mag die Dispute zum Teil erklären. Persönliche Ambitionen sind aber der bessere Ansatz für das Verständnis der inneren Kämpfe. Bald brach eine Epidemie aus möglicherweise Typhus der Edhimar am 1. August erlag. Im September schrieben die Anführer des Kreuzzugs an Papst Urban II., damit er persönlich die Herrschaft über Antiochia übernehme, was er jedoch ablehnte. Der Rest des Jahres wurde damit verbracht, die Umgebung der Stadt unter Kontrolle zu bringen. Obwohl die Kreuzfahrer nun noch weniger Pferde als zuvor hatten und die muslimischen Bauern ihnen die Herausgabe von Nahrung verweigerten, die einfachen Ritter und Soldaten wurden unruhig, der Hunger setzte ihnen zu und sie fürchteten, ohne ihre streitenden Anführer nach Jerusalem weiterziehen zu müssen. Im November gab Raimund um des gemeinsamen Zieles Willen und um die meuternden und hungernden Truppen zu beruhigen nach. Mit Beginn des Jahres 1099 wurde der Marsch wieder aufgenommen und Bochimund als erster Fürst von Antiochia zurückgelassen. Im Frühling begann die Belagerung Jerusalems unter der Führung Raimunds. Die Belagerung Antiochias wurde schnell legendär. Im 12. Jahrhundert war sie das Thema des Tschinzen d'Antioche, einem Tschinzen die Geste. Im Frühling